Hey Leute, hier ist Aldemar mit Dungeon Warfare. Willkommen zurück. Weiter geht's. Was machen wir denn jetzt? Doppelschlitzer? Verlorene Könige? Oder Minen? Edelstein Premier schaltet frei Schlinge. Oh, das klingt ja gut. Edelstein, ich will in der Falle. Oder Edelstein, es rappelt in der Kiste. Wenn du raus bist, du. Wir gehen die Minen. Ich mag Minen. Das machen wir an. Und los geht's. Aber es sei denn, wir sollten immer Fallen zuerst freischalten. Das ist immer so die Frage. Ach du Scheiße. Das habe ich im Trailer schon gesehen. Okay. Sollten wir die da lang laufen lassen? Auf jeden Fall, oder? Das sind zwar Türen, aber wir können einfach zumachen. Zack. Die können sich aber anscheinend da durchprügeln. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So, dann geht's direkt auf die Fresse. Die kommen rein direkt. Okay, los geht's. Tötet sie. Ach, da kann ich nichts dran. Aber hier. Dann mache ich hier noch eine Dingensinn. Eine Barrikade. Dann müsstest du wenigstens hier rumgehen und gehen direkt schon auf den Schienen vielleicht. Es gibt eine Schimpfeneinheit, die die kaputt machen kann. Was ist, wenn ich eine Barrikade einfach hier hinsetze, oder so? Ja! Töten! Machen wir es mal schneller. Es kann nicht viel los. Okay, das ist schwierig. Oh, oh. Oh, oh. So, jetzt wird überfahren. Ich will es sehen. Nein, der geht da oben lang. Ich fasse es nicht. Überfahren. Nein! Jetzt! Oh, was ist das für eine Gold... Schwerer Goldwagen. Warte mal, da stand irgendwas. Wir sparen erstmal gerade ein bisschen, oder? Ah, guck, jetzt gehen wir ganz über die Schienen. Sehr gut. Oh, jetzt kommen die Ritter. Die kommen jetzt auf jeden Fall gut durch. Naja. Bombenwagen. Ich wette, der Goldwagen bringt bestimmt extra Kohle. Aber ich wollte nicht schnell laufen lassen. Guck mal, die werden sogar hochkatapultiert. Tatsächlich ist das geil. Aber es gibt richtig Asche. Mach mal so, dann gehen die immer da lang. Also, ich sollte versuchen, die immer da drauf zu schicken, oder was, jetzt? Nee, kann ich nichts drauf machen. Boah! Ich meine, die Wagen müssen das doch alleine regeln, oder? Geil! Ich meine, wie sollen die da überhaupt durchkommen? Außer die Renner. Ah, die gehen kaputt. Okay, vielleicht sollten wir schon... Ich kann nichts mehr machen. Ja? Nicht mehr wirklich. Ja, 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 ja. Ich hab sonst Probleme. Siehste? Jetzt hab ich vielleicht schon verloren. Meisterschaftsebene 5, aber... Ach, das ist schon direkt Stufe 2. Okay, gut zu wissen. Nee, kann nicht sein. Ah! Laufende Geldstrecke! Tötet sie! Meisterschaftsebene 5. 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 Ich glaube, da tut sich nicht mehr viel. Oh, 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 warte mal. Ach, das ist ein Heiler. Bescheute Priester. Ohne Tanks, unfassbar. He, he, he. Äh. Hm. Ja, ich kann lieber noch Pfeile dran machen, wenigstens schön in Enden. Oh, hier noch. Das. Das ist das. Oh, okay. Was soll ich sagen? Läuft. Okay. Alter, wir, wir, aber die sind auch echt, die kommen nicht durch die erste Killbox, ne? 150. Holy moly. He, he. He, he. Wir werden angegriffen, aber. Runner. Abenteurer. Oh, wer war das denn? Ist der explodiert? Wer war das? Oh, oh. Oh, das sind die Biebe. Ja, die kommen da nicht durch. Oder doch? Na gut. Eine Barrikade zerstört. Die Barrikade. Warum? Ist hier ein Zug explodiert? Guck mal, die ist auch gleich kaputt. Machen wir hier nochmal. Da, wer ist da? Ach, okay. Die Zwerge, die Zwerge bomben sich rein. Das ist gut zu wissen. Okay. Können wir nämlich so machen für Notfall. Ich wette, die sterben super schnell. Machen die auch die Fallen kaputt oder nur die Barrikade? Die sprengen sich selber, ne? Damm-Zwerge. Holy shit. Holy shit. Ich komm, die großen. Ja, ist was kaputt gegangen. Eine Barrikade. Ist so die da? Das macht nix. Easy. Easy peasy. Ich wette, wir haben da die Modifikaturen noch nicht alle an, aber... Kling, kling, kling. Excellent. Excellent. Regeneration. Sie haben eine neue Rune vor... Oh Gott. Ich sage nicht, die heilen sich. Boah, wann soll ich die aufmachen? Ich weiß ja nicht. Goldbonus. Startgold um 50 erhöht. Ich glaube, jetzt kommen wir jetzt zu einer Schlingfalle. Ach. Es hat sich negiert. Ich habe das doch abgespeichert. Machen wir das auf 5? Tunnel. Das ist bestimmt Edelsteinprämie. Wir machen mal Schlingenfalle, würde ich sagen, oder? Wir gehen in die Schlingenfalle. Machen beides an. Feine Regenerin. 5% ihres Maximum Lebens. Sagt das doch. Easy peasy. Rostruhne. Rost. Oh shit. Ich hasse Eis, ne? Eis finde ich so öde. Egal, was ist das Spiel. Die kommen bestimmt zu Yetis oder so. Okay, wir lassen die hier oben langlaufen. Oh, hier gibt es 3 Pushfallen. Hier gibt es 2 Pushfallen. 3 Pushfallen. 4 Pushfallen. 3 Kann hier langlaufen. Haben wir hier auch noch Pushfallen? Hier nochmal welche. Hier ist noch eine Pushfalle. Ja, ich glaube, wir lassen... Pass auf. Wir machen so. Äh. Ich glaube, ich mache hier zu. Oder Ja, ich glaube... Weil... Ich würde gerne hier... Machen wir erstmal hier zu. Sorry, guys. So. Okay. Pushfallen. Und los geht's. Was ist das da? Schlinge. Fügt ein einzelner Einheit großen Schaden zu. Ach, cool. Ist das irgendwie... Können wir so... Schlinge ist doch eher eine Bärenfalle. Schlinge. Ist auch so eine Schlinge hier. Sehr gut. Ja, eigentlich wäre es besser gewesen, die... Aber ne, ne, ne. Das ist schon gut so. Wir können die aber einen eigenen Weg laufen lassen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ha! Oh Gott. Jetzt hätte ich beinahe verkackt. Weil ich gepennt habe. Ah! Oh Gott. Endlich haben wir sie wieder im Einsatz. Wie wunderschön. Mist. Okay, jetzt wird's doch komplizierter. Ah! Ah! Friss Scheiße. Da bringt eure Rehennation auch nichts. Wenn ihr zu derben fallt. Ha, ha, ha. Ich muss hier irgendwo ein Piu-Piu machen. Aber es lohnt sich alles gar nicht hier. Ja. Spare ich lieber. Oh, Mist. Ah, ja, die gehen ja runter. Alles gut. He, he, he! Ich muss jetzt Boden fallen bauen, mehr. Was hab ich denn da gemacht? Entschuldigung. Da rein oder da hin? Ist auch egal. Ach, Mann. Ist das lustig. Endlich schon mal ein bisschen aufpassen. Guck mal, Mann. Den würde ich echt gerne benutzen. Aber darauf müssen wir warten. Genauso wie den hier. Oh, Mist. Ach, das ist blöd. Ich hätte den nicht da benutzen sollen. Jetzt haben wir verloren. Okay, alles klar. Nochmal. Ich sollte nicht so gierig sein. Und ich muss mehr, ähm... Lass auf. Mach mal so. 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 Ich darf, ich darf die Stacheln einfach nicht vergessen. Eigentlich müssen die dahinter. Hier hin. Wenn die durchkommen, dann sind die dran. Eh, eh, he. Ich hätte den scheiß Felsen benutzen sollen beim letzten Mal. Oh Mist. Notfall. 530, aber die kehren nicht um, oder? Oh man, ich bin so blöd, ne? Nochmal. So, zumachen. Pushen. Hier machen wir eine Pushfalle hin. Dann sind wir da oben erstmal ruhig. Ich lass erstmal alles, ich mach mal nicht gieriges nächstes. Guck mal, es gehen auch mehrere. Ich dachte, es geht immer nur eins gleichzeitig. Dann ist ja, dann ist ja gut. Dann machen wir doch gierig. Lustig. Ich würde gerne wissen, ob der weiter schießt. Wenn es sein muss. Der schießt ja sogar einmal durch den Gang, oder? Guck mal, der schießt ja bis dahin. Was soll das denn mit diesem Radius? Ach, dann geht... Das ist der Trigger wahrscheinlich. Der Trigger. Das ist der Trigger. Da. So ist es nochmal hier besser. Oh oh. Okay, okay. Jetzt habe ich wenigstens was zu tun. Jetzt muss ich nicht mehr so oft schnell laufen lassen. Oh yeah! To the max! Ja, die laufen einfach durch, oder? Das sind überhaupt keine Spikes. Ich muss noch einen Pfeil hier machen, damit der auf die Zwerge schießt, wenn die kommen. Wenn Zwerge kommen. Natürlich auch nur. Ich weiß nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Ach. Komm, der kann ruhig sterben hier. Wenn der jetzt noch eine gezackt und schon tot, siehste? Muss hier noch einen Kicker machen. Jetzt sind es schon zwei da oben. Waren! Noch einer los! Jetzt! Ja! Sehr gut! Und jetzt! Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Zeig, was in dir steckt! Schade! Los! Und hier auch! Oh Mist! Oh Scheiße! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Scheiße! Das war's! Neeeeeein! Nein! Warum nur? Oh, scheiße. Zwei, zwei. Vielleicht machen wir es doch hier. Nee, nee, wir machen das hier durch. Ich schaff das schon. Ich schaff das. Sollte auffällig vielleicht... Sollte wieder zu meinem alten, bewährten System übergehen. So, keine Sorge. Keine Sorge! Ich bin der Beste. I'm the best. Don't worry. Ja, erstmal Stufe 1 Pfeilen bauen. Das gibt's doch nicht. Ich kann auch eine Barrikade machen. Das kostet auch nochmal Zeit. Darf ich nicht, aber hier. Okay. Ich muss jetzt hier überall Stacheln hin machen. Oder wenigstens dahinter. Wenigstens auch an den... Hier hin auf jeden Fall eine. Nee, Quatsch. Danach. Weil... Nach den Kickern ist besser. Nämlich wenn die... Weil wenn die... Die sollen ja mit voller HP darunter fallen. Alles andere ist ja dämlich. Genauso wie der hier. Ja. Och, das gibt's doch nicht. Okay. Verlieren 100 dadurch, ne? Okay, jetzt bin ich auch schlauer geworden. So, der nächste Kicker muss da oben hin. Das darf ich jetzt echt nicht vergessen. So, und jetzt muss ich die Zeit laufen. Jetzt darf ich nicht mehr da vorspulen, ja? Jetzt muss ich mir nämlich Zeit lassen, ja? Also ich werde die hier upgraden. Weil die sehr... Ach komm, ich spule noch mal vor. Scheiße. Ich werde es rein. Ich bin zu blöd. Ich muss die unbedingt nochmal aufwerten, damit die auch die richtig großen... Oh, ja. Schade. Ich darf nicht vergessen, Dinger zu platzieren. Meine Güte. Ich weiß. Ich bin zu schade, Dinger zu platzieren. Das sollte da oben reichen, oder? Wenn jetzt gleich da unten die Ritter kommen, drücke ich auf den hier schon mal. Die Paladine oder was auch immer das sind. Nein, ich troppel zu früh gedrückt! Oh man, ich bin in Panik geraten! Oh Gott. Oh. Nein! Nein! Okay. Machen wir den von Anfang an. So, dann nimmst du da Ruhe. Ich verdamme dich! Mehr Barrikade müssen wir jetzt noch grad sparen. Oh, jetzt aber. Waiting for the Barricade. Ja, zu verkaufen war ein Fehler. Vielleicht machen wir hier doch die Stacheln hin. Die fährt ja sonst auch immer gut. Blob. Ja, das ist sehr gut. Guck mal, hier kann ich auch noch. Äh, was soll das denn? Ach, da waren zwei wahrscheinlich. Der blöde Adige, der kann doch gar nicht richtig schlagen. Äh, äh. Äh, äh. Die Beschreibung. Eine Reihe von Stacheln, die alles darüber durchbohren. Feuer, Darts, hohe Feuerrate. Schiebt einer gewaltsam weg. Weg. Oh, just in time. Komm, jetzt, jetzt warte ich aber. Jetzt kann mir sowieso keiner mehr. Wäre besser als vorher, oder? Wir warten jetzt mal, dass die erledigt sind. So. So. Genau so. Guck, nur wenn ich die Dinger benutze, ist schon eine halbe Miete. Oh, ich weiß nicht, dass ich die Dinger benutze, ist schon eine halbe Miete. So, Kinderspiel Erster Versuch, First Try Bin der Beste Gott sei Dank Guck mal, ob ich die Fels rausgeschnitten habe Es kann sein, vielleicht ein oder zwei Aber so geht's Excellent Schlinge Rost Was macht Rost? Gucken wir uns das jetzt an Wenn ich auf Wiederholen drücke Das wär's ja jetzt Ach, das sehen wir jetzt nicht Ne, was Rost macht Reduziert der Abklingzeit Erzspeicher Starte mit zwölf freien Barrikaden Oh, geil Hier nur oder generell Vielleicht ist das ein Bonus Also ich immer zwölf Barrikaden Das glaube ich nicht, das ist doch zu krass Naja, bis zur nächsten Folge von Dungeon Warfare, liebe Leute Bis dahin, haut rein 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 Bis dahin, haut rein